Mein Server hat jetzt eine andere IP, könnt gerne draufstehen, der Server hat zwei Slots bekommen und ich hab da natürlich, so wie ich bin, hatte ich noch OP auf dem Server und die checken das nicht und ich könnte mich aber ein bisschen trollen, wenn ihr ein Video damit haben wollt. Sagt einfach, Leute, das wäre so mega witzig. Okay, Leute, sagt mir einfach Bescheid, wenn ihr ein Video dazu haben wollt. So, Leute, was geht ab hier zu kommen, zu einer neuen Folge Minecraft... So, Leute, was geht ab hier zu kommen, zu einer neuen Folge Community Time am Samstag, wie jeden Samstag. Wir lesen mal wieder Kommentare vom letzten Video vor. Es ist auf jeden Fall so, dass meine Tonspur gerade cool... Leute, diesmal machen wir es nicht mit dem Halt der Maul. Los geht's. Also, das erste Kommentar kommt von dem lieben X2 Selection. Kann man die Cuts, zum Beispiel das mit Inscope, einfach benutzen, ohne Folgen daraus zu ziehen, ein Strike? Ähm, ja, ich meine schon, weil es ist eigentlich... Also, man sieht es ja schon, den großen YouTuber, die benutzen das alle. Deswegen denke ich... Also, ich bin eigentlich nicht der Typ, der sagt, ja, nein. Die und die machen das auch, deswegen ist das toll, aber ich denke mal, bei dem Fall ist das egal. Leute, wie gesagt, heute jetzt nur noch sinnvolle Kommentare. Der liebe Reefspiel auf mir schreibt, jo, ich bin ein toder... Okay, Leute, das zum Beispiel ist ein Kommentar, das werde ich jetzt nicht mehr vorlesen. Der liebe Tasty Zockt, ich war im Video... Jo, ihr seid alle im Video, wenn ihr Kommentare schreibt. Der liebe Länderklassen schreibt, ähm, schickst du mir auch deinen Standort per Twitter? Natürlich mache ich das. Also, ähm, ich möchte natürlich, dass ihr immer wisst, wo ich bin. Nein, Spaß. Ähm, ich sende meinen Standort nicht per Twitter. So, der liebe 29-Bändische-Szenen schreibt, ich weiß zwar nicht, was losgeht, aber egal, ich feiere deine Streams und Videos immer. Noch PS. Äh, mega geil, wenn hast du tausend Abonnenten, alter Leute. Wenn ich tausend Abonnenten hab, es wird so ein nice Special kommen, Leute. Es wird richtig nice. Hashtag geklaut, Hashtag behindert, Hashtag ich mache jetzt weiter mit dem nächsten Kalten im Maul. Du, okay, der liebe Crazy Pro, The Crazy Pro schreibt, kannst du mal deine Action-Einstellung zeigen? Das, ich glaube, ich mache mal extra so ein Video zu, ähm, wie nehme ich auf, so und so was. Ich glaube, das mache ich ja. Genau, das mache ich irgendwann mal. Ähm, der liebe I'm Landix. Moritz, warum wurde ich auf dem Server wegen Gülfchen gebannt? Das war nicht mehr mein Server, denke ich mal, das ist der andere Server. Mein Server hat jetzt eine andere IP, könnt gerne draufstehen, der Server hat zwei Slots. Äh, bekommen und ich hab da natürlich, äh, so wie ich bin, hatte ich noch OP auf dem Server. Und die checken das nicht und ich könnte mich aber ein bisschen trollen, wenn ihr ein Video damit haben wollt. Sagt einfach, Leute, das wäre so mega witzig. Okay, Leute, sagt mir einfach Bescheid, wenn ihr, ähm, ein Video dazu haben wollt. Der liebe MC Mono schreibt, alles klar. FACE MAP, ich schreibe. Würdest du ein Gameplay für 400 bis 500 Euro kaufen? Nein. Und ja. Äh, es liegt halt daran, ob du den selber zusammenbaust oder nicht. Übersteuer ich. Nein, gut. Was mache ich eigentlich, ey? Ob du den selber zusammenbaust oder nicht, weil wenn du den selber zusammenbaust, dann kann das was werden. Aber es wird nicht die Rennmaschine des Todes sein. Der liebe T-Craft schreibt, okay, ich hab gar nicht damit gerechnet, dass ich in dem Video vorkomme. Und jetzt bin ich, bin, jetzt bin ich, bin der sehr, sehr liebe 27. Okay. Der liebe Kakaobubi schreibt, war der Stream am Samstag geilo oder geilo? Der Stream war richtig geil. Nein, heute auch wieder streamen, wenn ihr, wahrscheinlich, jetzt wieder, nach dem Stream, ihr wisst Bescheid. Der liebe Fran, äh, die liebe Francesa Bonly schreibt, leistet Video, Moos. Danke. Der liebe DNTMN schreibt, ich könnte dir ein Gameplay spielen. Ich mach, glaube ich, wirklich mal so eine E-Mail-Adresse auf, ähm, wo ihr dann Gameplays einsehen könnt. Wenn, äh, wird jetzt hier unten eingeblendet, wenn ich eine gemacht hab und wenn ich dann, äh, nicht. Der liebe Skip Nation, ach so, Leute, die Qualität muss gut sein, sonst nehm ich das nicht. Die liebe Skip Nation, der liebe Skip Nation PPP schreibt, ne, einfach ne, was soll, äh, was soll denn der Scheiß? Nimm dein Fiat. Verpisst. Der liebe Streusik schreibt, noch einmal duschen, dann ist Weihnachten, Leute. Ich muss jetzt nochmal kurz... So, der liebe Silvio Croc schreibt, hey, dieses Kommentar liest du nicht. Äh, der liebe Convac schreibt, ich komme, hoffentlich finden wir uns. Ja, wäre auf jeden Fall geil, wenn du auf die Gameform kommt, wir müssen halt mal den, äh, Treffpunkt abmachen. Der liebe Gameplay TV schreibt, hey, kannst du das Texture Pack, mit dem du hier spielst, releasen? Äh, ich release das meistens immer nur in Streams und deswegen, sei einfach aktiv in den Streams und du bekommst das noch. Äh, Moritz Bär LP schreibt, nice Video, gib bei jedem Video ein Like. Das freut mich auf jeden Fall, ähm, auch wenn die Bewertungen ausgeschaltet sind, würde ich schon, freue ich mich noch mehr über die Likes. Also, die kommen immer noch, äh, bei mir an. Also, würde ich mich freuen, wenn ihr das machen würdet. So, der liebe Charles Welt schreibt, nice, bist du am Fachbesuchertag da? Ich werde alle Tage da sein und habe auch schon die Flugtickets. Das ist auf jeden Fall krass, dass ich schon so viel geplant habe. Also, ich habe da ernsthaft noch nicht so viel nachgedacht drüber. Ähm, aber ich werde, ich weiß bis jetzt nur, dass ich da hingehe. Ich weiß noch nicht wann, ich weiß noch nichts. Also, ich werde, ihr werdet auf jeden Fall noch, ähm, von mir informiert. So, das war's dann von der Folge. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben. Da guckt gerne beim Stream heute Abend dabei, wenn das vor dem Stream hochgeladen wird. Und, haut da rein und tschau! Und, haut da rein und tschau!